Es waren die ersten Abstimmungen in Russland seit Beginn der Ukraine-Invasion. Alle 14 amtierenden Gouverneure der Kreml-Partei Einiges Russland siegten bei Regionalwahlen. Gegner des Krieges dürften gar nicht erst antreten. Die Kreml-Partei Einiges Russland ist wie erwartet der Sieger bei mehreren Regionalwahlen. Neu bestimmt wurden Regionalchefs, örtliche Parlamente und Stadtteilvertretungen in mehr als 80 Regionen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur das gewannen alle 14 amtierenden Gouverneure, die sich zur Abstimmung gestellt haben. Auch bei den Wahlen zu verschiedenen Stadtparlamenten entfielen insgesamt mehr als 80 Prozent der Stimmen auf Einiges Russland. Es waren die ersten Wahlen in Russland seit. Die Kreml-Partei Einiges Russland